Moin, hier ist Christian wieder aus dem Landkreis Gutzhafen. Heute wollen wir Rinder holen, die über den Sommermonaten Weidegang morgens haben. Circa vier Wochen vor dem errechnenden Abkaltetermin kommen sie nach Hause, in den Stall. Und dort sich an den Stall neu zu gewöhnen und ans Futter. Da gehen sie jetzt hin und sehen uns gleich auf der Weide. So, nun sind wir auf der Weide angekommen. Jetzt wollen wir die Rinder versuchen ins Fanghock zu treiben und dann auf den Viehberg zu laden. Mal schauen, ob es klappt. Komm her, komm! Komm! Aufsteigen, komm! Aufsteigen, komm! Klage! Auf geht's! Brustach! Komm! Geh schon drauf, komm! Brustach! Komm! Eine macht eine. Jawohl! Komm! 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 Aufsteigen! Komm! 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 Römer. Stattel. Römer. Lass in die Runde drehen. Komm! So. Einer nach. Römer. Komm! Eine Erlunde geschehen. So. So, die Rinder sind jetzt auf dem Weg nach Hause mit dem Schlepper und dem Viehwagen. Das verbleibende Rinder freuen sich hier beim schönsten Sommerwetter und der Weide. Die Rinder, die nach Hause kommen, bekommen jetzt ein Haltsband um und können sich in Ruhe auf die vorstehende Abkalbung vorbereiten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Christian.